Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Schnipseljagd hier bei uns im Programm von TV Mittelrhein und WWTV. Sie sind wieder eingeladen mitzuraten, die grauen Zellen etwas anzustrengen und rauszufinden, wo ich mich denn heute befinde. Die ersten Schnipsel, die kommen bei drei, bei zwei, bei eins. Ein Hinweis von meiner Seite für Sie. Das Denkmal, was wir Ihnen heute präsentieren, ist nicht ganz vollständig. Vor einigen Jahren wurde mal was weggenommen, was nicht mehr draufgekommen ist. Dieses Denkmal erinnert an Menschen, die vielleicht sogar ihre Eltern oder Großeltern kannten. Noch ein Tipp von mir für Sie. Dieses Denkmal soll natürlich auch zum Nachdenken und zum Gedenken anregen. Mit diesem wunderbaren Ausblick verabschiede ich mich. Wo war ich? Falls Sie es erraten haben, ganz schnell eine Mail zu uns ins Studio geschickt. Ich sage Tschüss, machen Sie es gut. Wir sehen uns bei der nächsten Schnipseljagd. Wir sehen uns bei der nächsten Schnipseljagd.